Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk Daily-Folge. Heute am Dienstag und mit dem richtigen Datum, dem 15. Januar 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 543 und ich habe euch heute die folgenden Themen mitgebracht. Build, To-Do, Teams, SpaceX, Roboter, Wetter-App, Premium, Kartellamt, Viso und Apple Pay. Ich beginne gleich mit, und das darf noch mit Vorsicht genossen werden, seid vorsichtig mit der Ansage, denn es ist noch nicht offiziell von Microsoft abgesegnet, aber es schaut ganz so aus, als ob die Build, die Entwicklerkonferenz von Microsoft, dieses Jahr zwischen dem 7. und 9. Mai über die Bühne geht. Da dürfen wir gespannt sein, einiges im Bereich Sicherheit und generell natürlich logischerweise Windows 10 und deren Möglichkeiten und ich hoffe doch, doch ganz inständig, liebes Microsoft, bringt mir ein To-Do für Mac OS und Share-Sheets für iOS, das wäre doch schön. Und bei To-Do bleibe ich auch gleich, denn die hat ein Update bekommen, zumindest auf Windows 10 und Windows Mobile Basis, da gibt es einige neue Funktionen, zum Beispiel, dass ihr jetzt mehrere Live-Tiles im Startmenü, also mehrere To-Do-Listen in Live-Tiles verteilen könnt. Bis anhin war da nur eine möglich, jetzt kann man mehrere davon unterbringen. Wer unter Windows 10 unterwegs ist, wie ich das auch immer wieder tue, der wird sich darüber freuen, wenn er verschiedene To-Do-Listen führt, logischerweise. Weitere Punkte, die abgedatet wurden oder die mit neuen Funktionen unterstützt wurden, könnt ihr nachlesen auf daily.geektalk.ch bei der aktuellen Folge. Auch ein Update hat bekommen aus dem Hause Microsoft und das war es dann mit der Firma, wenn ich es richtig sehe genau, ist die App Microsoft Teams, Teams, also quasi Slack von Microsoft. Zum einen für Android, aber auch für iOS gab es einiges an Neuigkeiten. Bei Android waren es vier, bei iOS sind es sechs an der Zahl. 1 zu 1 Gruppen, Gruppen, Anrufs, Allokation für PSTN-Anrufe etc. Geschichten, die, wenn man es braucht, nützlich sind, lest es euch durch. Wenn ihr das nutzt und oder updatet einfach, dann merkt ihr, was sich da verbessern wird. Zu guter Letzt oder eben noch nicht ganz, kommen wir zu SpaceX. Die Weltraumfirma, wenn man das so nennen möchte, von Elon Musk. Die dürfen jetzt, nachdem es im letzten Jahr noch hieß, dass es ihnen gut geht, rund 10% von ihren Mitarbeitern, die genaue Zahl geben sie nicht bekannt und hier wird ein bisschen schön stark gerundet, wenn ihr mich fragt in dem Beitrag von T3N und natürlich auch von den darin verlinkten Beiträgen. Ja, einige Mitarbeiter dürfen leider gehen. Man muss schlanker in die Zukunft gehen, damit man die Ziele erreichen kann, die man möchte. Ende 2023 will man ja den ersten Weltraumtouristen zum Mond schiessen und natürlich ihn wieder zurücknehmen. Ein japanischer Milliardär ist das an der Stelle. Ich bin ja extrem gespannt, ob das eingehalten werden kann und wir werden es sehen. Toyota feuert Roboter. Das ist natürlich ein Titel, der zum Klicken einladet. Ja, der Automobilkonzern. Was haben wir da? Ja, den Amerikanern und den Volkswagen, wahrscheinlich der drittgrösste, die haben schon sehr früh mit Roboterfertigkeit, also mit Strassen, wo die Autos zusammengeflickt wurden über Roboter, das eben dann über Roboter gemacht, also automatisiert gemacht. So, jetzt kriege ich den Rang wieder. Und da will man jetzt wieder zurückgehen. Man hat bemerkt, dass gewisse Aufgaben, wie das Blech von der Abdeckstraße, von Motor und so weiter, da, wenn es da Unstimmigkeiten in der Dicke und Dünne gibt, dass da das menschliche Auge noch deutlich besser sei. Man möchte aber nicht das Automatisieren verteufeln, sondern man möchte das Know-how der Mitarbeiter, die eben das im Griff haben und sehen, nutzen, um das Ganze dann auch wieder an die Roboter weiterzugeben. Spannende Entwicklung, wie ich finde. Wer mag, kann sich den Artikel durchlesen. Es ist ein schöner, längerer Artikel, der sich aber unbedingt zu lesen lohnt, finde ich, wenn man sich für die Themen interessiert. Weiter geht es mit einer Android-App. Und zwar einer, die auf Smartphone vom Hersteller TLC verbaut wurde. TLC sagt euch wahrscheinlich nichts. Eher Alcatel, hier zumindest bei euch in Deutschland, verbreitet früher mal ganz, ganz früher, als ich noch mein allererstes Telefon gekauft habe, auch in der Schweiz. Ich weiss gar nicht, ob es aktuell noch welche in der Schweiz gibt. Auf jeden Fall gibt es da eine vorinstallierte Wetter-App drauf. Und die macht ein bisschen Dinge, die sie nicht sollte. Nach Hause telefonieren Richtung China. Und zwar nimmt sie da Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Geolokalisierungsdaten etc. und schickt die, wie gesagt, eben auf einen Server in Richtung China. Auch hat die App begonnen, Premium-Dienste zu buchen, die dann über eure Telefonrechnung abgebucht wurden. Das wurde dann ziemlich schnell erkannt und blockiert. Auch wurde im Hintergrund Websites besucht, auf denen Werbebanner waren, die dann einfach automatisiert angeklickt wurden. So als es ausschauen würde, als würdet ihr das tun. Und somit natürlich den Betreiber der Webseite, was auch der Hacker war, oder die Leute, die das umgesetzt haben, Geld verschafft hat. Ziemlich unschön und die App gibt es jetzt nicht mehr im App Store. Also somit überlegt, was ihr für Apps auf eurem Smartphone habt, welche ihr braucht und welche ihr auch wieder deinstallieren könnt. Macht teilweise wirklich Sinn. Es geht weiter. Zu Beginn des Jahres hatten wir hier in der Daily drin, dass Netflix die Möglichkeit unterbunden hat, dass man über iTunes Guthaben die Netflix-Gebühren bezahlen konnte. Jetzt geht man einen Schritt weiter. Es gibt nämlich eine Preiserhöhung für den Standard 13,99 und für Premium-Geschichten 17,99. Wohlbemerkt sind das die Euro-Preisen. Die Schweizer haben sicherlich bemerkt, dass wir noch ein bisschen mehr bezahlen. Ich glaube, bis anhin habe ich irgendwie um die 19 für das Grösste bezahlt. Dachte ich zumindest. Und mittlerweile, jetzt auf der Schweizer Seite, sehe ich gerade, dass Premium auch hochgegangen ist. 22 Ungrad. Ja, die Preise ziehen wieder an. Der Aufschrei kann wieder losgehen und ich kann mir wieder mal überlegen, ob ich es nicht tun werde. Aber ja, ich habe ja eh schon alles gesehen. Mal schauen. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Was auch verschwunden ist, ist die Premium-Geschichte, worüber ihr vorher ein HD-Audio bekommen habt. Mal schauen, ob das wieder zurückkommt. Was nicht drin ist, ist das, was vor kurzem in Österreich getestet wurde und hatten wir auch in der Daily, die Möglichkeit von wöchentlich zu mieten. Das Kartellamt in Deutschland möchte Facebook den Like-Button verbieten. Logischerweise nicht den auf Facebook.com, also in der entsprechenden App und so weiter, aber den auf fremden Webseiten. Warum sie das tun und sowieso in einem Beitrag zum Nachlesen. Ich würde nicht ganz so weit gehen und Facebook zerschlagen wollen etc. Aber es muss sich ein bisschen was tun und das wird sicherlich in diesem 2013 so passieren. Wir kommen zu einer Neuigkeit, die es an der CES gegeben hat und worüber auch wir berichtet haben, die ganzen TV-Hersteller. Zuerst Samsung, dann Visio, LG, Sony, die bekannt gaben, dass sie nächstens Geräte auf den Markt bringen werden, die Airplay 2 unterstützen, sowie HomeKit-Integration, aber auch ältere Geräte. Und ältere Geräte muss man dann mit sehr Vorsicht geniessen. Bei Samsung heisst das 2019er Geräte und ein paar Geräte aus dem 2018. Bei Sony und LG sind es nur die ganz neuen und Visio war der Einzige, der eigentlich sagte, ja, wir machen das mit ganz neuen, logischerweise 2019er, 2018er und 2017er Geräte. Und jetzt hauen sie nochmals einen drauf. Alle 4K-UHD-Smartcast-Display-Geräte aus dem Jahre 2016, also von heute zurück, drei Jahre zurück, bekommen ein Update mit der Möglichkeit von eben Airplay 2 und HomeKit-Integration. Somit setzt natürlich dieser, ja, wie soll ich sagen, mittelpreisige Hersteller, der leider nur in den Staaten aktiv ist, die anderen Grössen ein bisschen unter Druck und ich hoffe, da zieht dann der eine oder andere auch noch nach bei LG, bei Sony und bei Samsung und bringt das Update auf die Geräte der Wahl. Zu guter Letzt habe ich noch etwas zu Apple Pay. Jetzt ist es doch ein bisschen her, dass das Ganze gestartet ist, bei euch jetzt auch endlich in Deutschland und die Süddeutsche hat ein paar Zahlen ermittelt. Und da muss man wieder dazu sagen, ermittelt, genau, Apple gibt die Zahlen natürlich nicht lokal für einzelne Länder und so weiter raus. Die Zahlen kommen aus bankennahen Umgebungen und dürfen natürlich nicht dementsprechend, was sie sind. Das verbietet Apple, logischerweise, machen sie ja immer so. Und ja, man weiss zumindest, dass es grob gesagt über eine Million Geräte registriert worden sind mit Apple Pay in Deutschland. Das ist ein 80er, seid ihr 80 Millionen? Ich glaube. So was sind die im Umdrehung rum? Wahrscheinlich mehr. Das war damals, dass ich in die Schule ging, glaube ich, 80 Millionen. Lassen wir die Zahl mal im Raum stehen. Es gibt auch einzelne Zahlen von Wachstumsraten um 7 bis zu 20 Prozent bei den einzelnen Banken. Kommt direkt, sagt man so, circa 100.000 neu registrierte Geräte. Heisst auch somit neue Kreditkarten, die sie ausgeben durften. Das ist natürlich eine tolle Ansage und da würde es mich doch jetzt mal Wunder nehmen, ob die Schweizer Banken nicht auch langsam das Jucken bekommen bei diesen schönen Zahlen. Was noch viel heftiger ist, ist, wenn man die Zahlen anschaut, in der Zeit, seit es Apple Pay gibt, wurde in Deutschland Apple Pay mehr genutzt als Visa. Und ja, das will was heissen, würde ich doch sagen. In diesem Sinne, in welche Richtung könnt ihr natürlich selber erscheinen, in diesem Sinne, das war es für heute, in dem Dienstag. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch morgen wieder hinsetzt oder steht oder was auch immer ihr tut dabei und die neueste Daily anhört. Bis dann wünsche ich euch einen erfolgreichen und schönen Tag. Euer Pogipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.